Ich dachte, die Sänger entscheiden jetzt. Hört doch mal her. Wie machen wir das jetzt? Wer ist denn jetzt dafür, dass die Sänger entscheiden? Einfach mal Hand nehmen. Ja, ich. Ja, eben. Sänger suchen aus, wir stehen da und halten die Klappe. Es ist unheimlich schwer, eine Band zu finden, ohne die Leute zu kennen. Wir haben uns selbst noch nie spielen hören. Wir wussten nicht, wer in welche Musikrichtung gehen möchte. Das heißt, wir haben einfach nur darauf los entschieden. Erstmal vielleicht sogar nur nach Typ entschieden, wer vielleicht rein vom Optischen zu uns passen würde. Und das war ein totales Würfelspiel. Ich meine, es ist ja auch nur eine erste Gruppierung. Das wird sich ja noch hunderttausendmal ändern. Und ich denke auch, das, was jetzt eh schon passt, also wenn ich sage, ey, ich will dich und du sagst, oh, okay, du hast Bock bei mir, dann passt das ja schon mal. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Als es dann halt hieß, dass die Sänger, die Musiker in ihre Bands wählen dürfen, war für mich auf jeden Fall klar, Sebastian wird drin sein. Der hat mich supportet so, auf jeden Fall als Drummer. Ja, und dann habe ich mir aber gedacht, okay, der Rest war nicht hinter mir gestanden. Und egal, wen ich jetzt reinwähle, die Person hat keinen Bock bei mir zu sein und wird sich denken, boah, nee, war der. Ja, ne, also das habe ich schon gedacht. Ja, klar. Hey, ich bin schon überfordert. Wie gesagt, habe ich die, die ich mir jetzt ausgesucht habe, auch vorher schon im Kopf gehabt, weil ich mich mit denen gut verstehe, so. Also menschlich muss es ja auch irgendwie stimmen in der Band. Ich glaube, sie sind gute Musiker. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das Projekt mit denen so in der Band richtig cool werden kann. Ey, das ist so, ja. Euer Rockhide. Eure Rockhide. Eure Rockhide. Eigentlich schon eine gute Traumcombo. Und hoffe, dass das alles so klappt, wie ich mir das gedacht habe, so. Weil meistens kommt er dann doch anders. Aber ey, ich habe ein gutes Bauchgefühl und wir wollen auf jeden Fall alle Vollgas geben und rocken, so. Wir wollen auf jeden Fall jetzt was Lautes machen. Okay, es reicht wieder, es reicht wieder. Okay, okay. Wenn dir das gefallen hat, seht ihr hier oben noch mehr Videos von der Band an. Okay. Also. Okay. Okay.